Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute ist der 6. Dezember Vlog glaube ich. Heute haben wir auf jeden Fall Nikolaus. Wir fahren jetzt zu meiner Oma. Wir haben mir so ein Katzenhaus, also mein Vater hat so ein Katzenhaus gebaut. Bei meiner Oma ist eine Katze hingekommen. Die ist zugelaufen kann man sagen. Ne, zwei sogar glaube ich. Die zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Die sind auf jeden Fall da angekommen. Und ja, jetzt leben die da schon glaube ich drei Wochen oder so. Und deswegen haben wir da jetzt so ein Katzenhaus gebaut, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich zähle hier meine Sachen an. Einmal hier die neue Hose, welches anziehen. Und hier den Diesel Sweater. Äh, den Diesel. Das Diesel Sweatshirt. So, bin jetzt angezogen. Und Leute, ich sag's euch so wie es ist. Das ist ein Tag. Das ist ein Tag. So, mittlerweile sind wir auch wieder zurück zu Hause. Mittlerweile ist es auch dunkel draußen. Wir haben glaube ich jetzt 17.22 Uhr kommen wir jetzt. Und ja, die Fische haben Hunger. Deswegen werde ich sie wieder füttern. Mhh, jetzt gibt's eine Mam-Wi-Mam-Wi. Und ich werde mich jetzt an den Schnitt von dem gestrigen Video machen. Es sind wieder zwei Stunden vergangen, seitdem ich das letzte Mal mich gemeldet habe. Ich habe in der Zeit ein YouTube-Video geschnitten, also das gestrige und hochgeladen und ein neues Instagram-Bild hochgeladen. Ich habe hier mal ein bisschen das Geschirrchaos ein bisschen beseitigt. Und habe ein paar Pfandflaschen, ähm, rausgeräumt. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier mein Lenkrad aufgebaut. Denn ich werde jetzt ein paar Stunden, äh, Eurotruck spielen. So, mittlerweile habe ich fertig Eurotruck gespielt. Jetzt gibt's auf jeden Fall noch Abendessen, beziehungsweise, äh, meinen zweiten Teil. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Es gibt den Rouladen. Und ja, dabei werde ich noch eine Folge Können in Mainz gucken. Damit würde ich auch schon wieder sagen, das war's in diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, würde ich euch einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es verpassen wollt, auch hier meinen Kanal und drückt auf die kleine Glocke. Bis zum nächsten Mal und ciao.